Das Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, ist von einer ganz besonderen Machart. Es ist eines von diesen Büchern, mit denen man nicht rechnet, dass sie überhaupt in das Leben von einem treten und die man zu Ende gelesen hat und die einem im Gedächtnis bleiben. Und als Bücherblogger oder Rezensent geht es am einen einfach so, dass man sich denkt, dieses Buch erscheint zwar eigentlich erst in drei Monaten, aber so lange kann ich mit der Rezension nicht warten. Ich muss jetzt sofort zur Kamera greifen. Und auch wenn heute erst der, keine Ahnung wievielte März ist, tatsächlich habe ich dieses Video am 30. Dezember 2015 gedreht. Da habe ich das Buch nämlich gelesen und ich dachte mir danach sofort, das musst du jetzt rezentrieren. Das geht nicht erst in drei Monaten. Das wäre dem Buch nicht angemessen. Ich rede von Der Ort, an dem die Reise endet, von Yvonne Adiambo-Uvour. Richtig ausgesprochen ist das wahrscheinlich nicht, aber ich habe es zumindest versucht. Und dieses Buch wurde mir vom Dumont Verlag einfach so zu den Verlagsvorschauen dazu geschickt. Es kostet 23 Euro und hat an die 500 Seiten. Es ist durch und durch ungewöhnlich und ich weiß auch nicht, wie ich das eigentlich für euch rezensieren soll, sodass es angemessen ist, weswegen das heute mal ein bisschen anders wird als sonst. Der Ort, an dem die Reise endet. Kenia 2007. Odidi, Uganda, ein hochtalentierter Student, wird in den Straßen Aerobis erschossen. Seine Schwester Adjani kehrt aus Brasilien zurück, um mit ihrem Vater seinen Leichnamen nach Hause zu überführen. Doch die Heimkehr auf die verfallene Farm im Norden des Landes hält keinen Trost für sie bereit. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen, die der Mord heraufbeschworen hat und die die Familie im Griff halten. An die koloniale Gewaltherrschaft und die blutigen Auseinandersetzungen nach der Unabhängigkeit. Adjani's Mutter flieht von Wut und Trauer erfüllt in die Wildnis und ihr Vater muss sich einer brutalen Wahrheit stellen. Doch im Moment größter Verzweiflung entsteht auch etwas Neues. Eine Liebe oder zumindest eine Verbindung nimmt ihren Anfang. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, euch die Inhaltsangabe einfach vorzulesen. Und trotzdem weiß ich, dass sie dem Buch nicht gerecht wird. Als ich die gelesen habe, habe ich nicht mit so einem Buch gerechnet. Es wirkt eigentlich relativ schlicht, so wie es hier ist. Und ich lese die Bücher ja immer ohne Schutzumschlag. Und da war es einfach nur schwarz. Und dieses schwarz war eigentlich so allumfassend und perfekt auch passend für dieses Buch. Und ich weiß einfach nicht, wie man dieses Buch beschreiben soll. In diesem Buch passiert so viel mehr. Die Autorin spielt mit den Zeiten, spielt mit der Politik, die war... Also spielen, ne? Und schafft einfach eine Geschichte, die vielleicht so tatsächlich passiert ist. Die so auf jeden Fall hätte passieren können. Und die einfach unglaublich ist. Manchmal weiß man gar nicht so recht, spielt das heute? Spielt es in der Vergangenheit? Spielt es irgendwo dazwischen? Das ist nicht immer so ganz klar in diesem Buch. Und das macht eigentlich den ganzen Zauber aus. Und es verwebt einfach diese Geschichten der einzelnen Familienmitglieder. Und was ihnen im Laufe der Zeit passiert ist. Das ist total kunstvoll miteinander. Und da fehlen einem eigentlich so ein bisschen die Worte, um es angemessen zu beschreiben. Ich denke, es ist keine Frage, dass dieses Buch auf jeden Fall den goldenen Bücherengel kriegt. Das ist für mich eigentlich völlig offensichtlich. Auch wenn dieses Buch eigentlich ja außerhalb jeglicher Bewertungen liegen müsste, so wie das gemacht ist. Ich weiß nicht, ob ihr das als Bücherblogger und Rezensenten eigentlich kennt. Wenn ihr so ein Buch lest und euch denkt, verdammt, wie soll ich das jetzt bewerten? Das kannst du nicht als schlecht bewerten, weil es definitiv nicht schlecht ist. Auch wenn du manches gar nicht verstanden hast. Aber wenn du einfach nur sagst, dass das Buch sehr gut war, ist es die Untertreibung des Jahrhunderts. Was soll man da bitte schön machen? Und genau das habe ich mir bei diesem Buch gedacht. Das ist gespickt von afrikanischen Ausdrücken, was das manchmal ein bisschen schwierig gemacht hat. Gut, hinten ist ein Glossar mit allen Begriffen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich da nie reingeguckt habe. Aber dieses Buch ist einfach so eine überwältigende Wucht und zeigt mir mal wieder, wie wenig Ahnung ich eigentlich von Afrika habe. Und es ist einfach so authentisch und ein Gesamtkunstwerk, das ich eigentlich nur jedem von euch dringend ans Herz legen kann. Ganz egal, was ihr sonst normalerweise für Genres lest. Ihr werdet nicht alles verstehen, glaube ich jedenfalls, so ging es mir. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht nötig für dieses Buch. Wenn man es schon gelesen hat, ist das einfach eine Bereicherung durch sich selber. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders ausdrücken kann. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch nicht nur verwirrt habe, sondern auch für dieses göttliche Buch begeistert habe. Und ich wünsche euch einfach noch einen schönen Tag. Und ich wünsche euch einfach noch einen schönen Tag.